Hallo und willkommen zurück. So, was waren hier? Die Feldfruchtkrankheit. Witze. Wildchen gefressen. Ich habe doch eine Jäger. Jäger mal. Moment, kann man hier nicht noch? Was kosten das mehr? Machen wir mal vier. Ja, die Anfangsschwierigkeiten wieder. Kein Stein. Arbeitsbereich, ich würde einfach mal sagen. Da kommt auch noch ein Arbeitsding hin. Machen wir mal hier. Ich setze ihn jetzt da hin. Ihr habt ja auch schon keinen Stein mehr, ne? Stein ist glaube ich auch nicht so wichtig. Erstmal. Zimmert mal das hier weg. Macht mal hier hin. Das klingt nach einem Plan. So können sie wenigstens... Okay, das ist euer Steckenpferd. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Gehen wir gleich wieder auf zwei. Gut. Ihr habt das, ihr habt das, ihr habt das. Ratten. Äh, Rattenfänger. Wo warst du? Ressourcen? Ich glaube bei Annehmlichkeiten. Ja, kein Problem. Dann haben wir wieder einen Rattenfänger rein. Gut. Mission war jetzt das hier. Kosten hochtreiben. Ein Bienenstich. Oh, der arme. Dafür haben wir ja einen Arzt. Ach, äh, stimmt. Wir sollten ja eigentlich auch mal... Wir haben ja Werkzeuge hier drinnen. Ja. Äh, hallo Werkzeuge. Wo bist du? Ja. Gesamtlager. Schichtigen. Transportieren wir das mal raus. Stein brauchen wir erstmal. Und vier brauchen wir jetzt erstmal Holz. Haben wir. Sollen wir nicht auf Stufe 3 kommen. Oh, jawoll. Jawoll. Wir haben jetzt eine Mühle. Oh. Oh. Oh, das kann er endlich anfangen mit... Oh. 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 schön zu uns eingestellt die haben jetzt hier rüstung ist gut hatten wir hier nicht noch so eine die geben vollgas wenn ich ja damit nahrungsproduktion hier mal doch irgendwie jetzt war lagern doch nicht wo sind sie denn wird schon wieder komplett verwirrt wird noch irgendwo ein räucherofen unterlagungsproduktion sein scheune plantage das imkerei aber räucherei war doch schon von anfang an was bin drei ja ruhe erkrankt ich habe einen arzt könnt euch ja kümmert euch mal um die um die ratten deswegen habe ich einen rattenfänger genau räucherei das suche ich ja jetzt noch sehr schön und ich hätte verteidigung ist eigentlich und da nahrungsproduktion sein bäckerei scheune obstwantage nee im keller bin ich blind gerber 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 ich bin ich mit seifen nämlichkeiten das ist auch immer weg ist wird es bald da eben noch nicht kriegen wir hier noch ein wohnraum hin ne zu steil aber jetzt kommt der winter ich sehe hier so ein ratten ding der gute rattenfänger haben wir irgendwas wo wir den mit einschließen können mittlerer platz wollen wir hier einen rattenfänger mit rein das ist einfach wichtiger das kommt langsam lehm rein in die bude es wird nur noch gold an gebrochene knochen erkrankt benutzen die das ich glaube ich könnte noch ein zweites hier gebrauchen ein wohnraum sehr gut naja nur große bäume wenn es in der baumbestand ein bisschen bleibt wenn ich das hier einfach weg holze komm ja hilft nix ne der ist voll der ist voll rote 500 stück und hier mehl und mal 500 hier rein holen wir goldtransfer nochmal 1000 gold ja haben wir eigentlich noch brot oder können wir brot hier nicht reinhauen hier kohle 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 eisenerz hier mal noch auch fisch ich glaube brot können wir hier nicht rein zimmern aber ist ok ok kohle 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 Lass mich raten. Ah, okay. Ein Jäger würde sich hier hinten lohnen. Kriegen wir denn noch einen Jäger unter? Ja. Hier auch noch mal Eisen. Hier mal ein fettes Eisenerz. Beat, ja. Sehr schön. Neuer Händler ist eingetroffen. Was hat denn der Händler? Er möchte mir das verkaufen. Nö. Nö. Du hast nichts. Das ist nicht wirklich was, was ich... Das ist Kühe. Finde ich gut. Können wir uns holen. Zwei. Zwei Kühe. Jawohl. Wo ist die Weide? Kann man die Weide nicht einzäunen? Gint ja hier. Kann man die Weide nicht einzäunen? Auern Zäune. Na? Na? dass man sich das nicht markieren lassen kann hierhin ungefähr hierhin das ist ja ja das passt dann können wir jetzt hier einmal runterziehen ist ja natürlich jetzt aber jetzt ein bisschen kleiner ist das problem noch einen dahin aktivieren ja wahrscheinlich die dümmliche weise ja und dazu setzen wir jetzt ein tor hier vorne rein dann haben wir die kühe so noch ein händler noch irgendwas nahkampf waffen können wir an dich irgendwas verkaufen hier 400 wo muss man ein paar nahkampf waffen rein 500 kaufen und transportieren gut so können wir jetzt ausbauen es fehlt noch gold gold haben wir gleich das ist gut wo ich ja war es gut das ist sehr sehr gut vorstehende hitzewelle wir können kompostieren bruchtbarkeit du bist gering so 48 hier kompost hinzufügen gut war das na kommt gibt 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 mal ein bisschen gas fällt erst mal die bäume das ist gut so arbeitsbereich legen wir mal nach hier so hin ist gut frei frei ja dann können sie länger draußen bleiben und der sein arbeitsbereich eigentlich hier ja die kommen wieder kann nicht wahr sein kann ich denn schon einen weg hier hin bauen sind die drei vielleicht früchte die hitze verloren oh mein gott kann ich eigentlich wege ausbauen dafür brauche ich ja das ganze stein ja wie kommen sie daher vogelnest vogelnest ja wenn ich muss der jäger weichen das ist auch nicht schlimm über die dass er nach hier oben hinsetzen ja sammler hinpacken sammler hinpacken angst vorräte knapp immer locker bleiben 1200 verbessern was haben wir hier immer noch immer noch eisenerz kohle wie eisenerz haben wir hier 500 gut ressourcen und kohle und kohle die krimpel da jetzt raus wohnraum wird auch schon wieder knapp ne du ziehst um das baut sich gerade das ist sehr schön jetzt werden wir den krimpel gleich hier noch mit sehr schön hier dahin das wir brauchen eindeutig mehr arbeitskräfte was fehlt es denn mit der haltung das kriegen wir jetzt gleich hin so was sagen wir eine Fett dann bringen die das eigentlich hier drauf keine ahnung ah hier der nähert sich langsam sand oh wir haben ein rattenproblem kriegen wir hier noch einen rattenfänger rein das macht eigentlich die kohlegrube hier die ist bald zu ende ok äh rattenfänger nein Friedhof haben wir noch der ist noch nicht voll rattenfänger nehmen wir hier noch einen Weg dazwischen jawohl Nahrungsvorräte knapp ok aber wir brauchen Nahrung Konservierungsstätte Käserei Wege Na denn und eine Konservierungsstätte so hocken wir jetzt hier hinten brauchen wir Ressourcen und ich würde jetzt erstmal sagen ne eine Schmeld eine Gießerei na werden wir wahrscheinlich eh noch zukaufen müssen aber wir können jetzt Wege ab jawohl Wege verbessern das ist erstmal wichtig damit das hier ein bisschen zügiger geht wird verbessert boah naja hilft ja nichts ne ja das klingt nach dem Plan ne zack und zack und zack oh wir haben kein Gold wir warten bis die Händler kommen und ne Werkzeugmacherei Röbelwerkstatt erstmal noch nicht und zack und zack Bier kann man so schön reingucken ne echt geil gemacht was was denn hier los oh hier nochmal hier ist hungrig hat nichts zu fressen nütztier geboren ist gut gesund gesund guter verrät da können wir die nicht mit irgendwas füttern ich glaube wir brauchen noch ein Feld ich glaube wir brauchen noch ein Feld nur benutztvieh könnten wir noch ein Feld gebrauchen nahrungsproduktionen 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 das klingeln wir hier hinten hin mit den oh oh maximalgröße ach wegen arbeitskräfte Gehen wir mal wieder auf 1 Was hast du denn zu bieten? Aha Ja, wir werden uns verkaufen Nö Du hast irgendwie nichts, was ich bräuchte Okay Nicht genügend Futter für den Winter eingelagert Ja Okay Sind wir hier noch irgendwie Ja Ich wollte hier noch ein Feld reinsetzen Wie groß können wir es denn maximal machen? So groß Sehr schön Wird er den Feld Wird er den mal her hier? Braucht mehr Arbeitskräfte Definitiv Mehr Geld Okay Wo Ähm Gehen wir noch da. Ui, warte mal. Gehen wir sie noch da. Ja, Gold können sie nicht viel holen. Wo sind denn meine Soldaten? Die sind da. Oh, die sterben alle weg. Nein, nicht. Hau ab. Gehen. Ich zerstöre jetzt nicht mein Gebäude. Ihr fiesen Fieslinge. Mein Arm ist zu klein. Mehr Nachkampfwaffen. Geht raus. Was arbeitet. Wie kein Geld hier drinnen. Hö, hö. Hö. Ei, 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 ei. Och Mann. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.